Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Kommen wir zum zweiten Teil der Schlauch-Serie und zwar wollen wir jetzt um den Schlauchwickler noch mal sprechen. Es gab schon ein paar Diskussionen darüber, was das Gerät alles kann und dass es auch andere gibt. Ja, es gibt natürlich auch andere Hersteller. Das hat sich mittlerweile geklärt, dass es von der Firma Döng ist. Okay, jetzt muss ich auch kein Geheimnis mehr davon machen. Und ich werde euch jetzt erstmal kurz die Grundfunktion zeigen vom Schlauchwickler und dann kommen wir zum Schlauch-Paketwickler. Das kann er nämlich auch. Ich hatte schon mal einen Film reingestellt über den Schlauchwickler von der Firma Döng ist es dieser. Und wir hatten da mit den Kommentaren, dafür auch nochmal schönen Dank an alle Beteiligten, Vor- und Nachteile der verschiedenen Schlauchwickler besprochen. Es gibt auch andere Schlauchwickler von anderen Firmen, die auch, glaube ich, etwas kostspieliger sind. Und was ich halt auch nicht verstehe, weil das Ding kann ein bisschen mehr und dann waren auch viele überrascht bei den Kommentaren, als ich sagte, was der noch kann. Das habe ich ja letztes Mal gar nicht deutlich rübergebracht. Der kann nicht nur Schläuche wickeln, der kann auch Schlauch-Pakete wickeln. Schlauch-Pakete, ihr wisst vielleicht hier, ich habe extra das Hohlstrau-Rohr hingelegt und ein paar Klettbänder. Seht ihr gleich, was ich damit mache. Wir fangen erst mal kurz an mit dem Standard und zwar ganz normalen Schlauch aufwickeln. Jetzt nehme ich hier nur einen C-Schlauch, damit ihr seht, wie es funktioniert. Es geht auch mit nassen Schläuchen, haben wir beim letzten Dienst gesehen. Und es ist herrlich, wenn man B-Schläuche hat, viele nasse, ich sage mal, alle so ab drei B-Schläuchen, würde ich sagen, ist es schön, wenn man das Ding rausnimmt und einfach aufwickelt. Schont auf alle Fälle die gute Stimmung. So, das heißt, ich nehme einfach mal den C-Schlauch, packe ihn einfach nur mal hier so rein. Das war es schon. Diesen Kurbelgriff drauf. Und dann empfehle ich einfach den Fuß drauf zu setzen. Wie gesagt, und dann, ich kann das hier auch mal rausnehmen. Weil die brauchen wir später, die lege ich schon mal hier seitlich hin. Kann ich wunderbar meinen Fuß darauf stellen. Und jetzt kurbele ich los. Ihr seht, das Schöne ist auch bei dem, ihr müsst vorher eigentlich gar nicht alle Extremdrehungen, also die normalen Drehungen rausnehmen. Natürlich, wenn da irgendwelche Knicke oder Knoten drin sind, kann das Ding das auch nicht. Aber wir haben festgestellt, wenn man einfach hier ganz normal kurbelt, dass sich auch hier normale Drehungen einfach rausdrehen an dieser Führungsschiene da unten. So, ich kurbele das jetzt auf. Zack. Und seht euch das mal an. Und mit B-Schläuchen geht es genauso easy. Wir haben uns totgelacht. Beim letzten Dienst, weil wir da auch nochmal die Mannschaft fragen wollten, brauchen wir das oder nicht? Ja. So. Und ihr seht, wunderbar, zack, zack. 1A gewickelt. Und die B sehen noch toller aus. Okay, das wird das. Jetzt kommt das Schlauchpaket. Ich wickele den erstmal wieder aus, weil den benutzen wir jetzt mal und machen den mal zum wunderschönen Schlauchpaket für den Innenleingriff. Los geht's. Was machen wir jetzt? Jetzt wird hier dieser Transformer. Es gibt einen kleinen Umbau und zwar diese Nasen kommen nach vorne, die zeigen zum Wickelnden hin. Man muss hier so ein bisschen ein paar Nasen einrasten lassen. Schauen wir mal rum hier auf der Rückseite, bitte. Hier seht ihr diese Federdruck belasteten Nasen und die rasten dann hier ein. So macht man jetzt alle rein. Und die Ersten werden jetzt schon wissen, was jetzt gleich passiert. Das Schöne ist, ich bin da auch so, ja, ich sag mal, jetzt einfach gestrickt. Ich hätte jetzt einfach nur das eingelegt wie vorhin. Ich hätte das einfach komplett ignoriert, einfach hier so reingelegt. Und hätte mal geguckt, ob das schon reicht. Fuß drauf und kurbe jetzt mal los. Unten ist noch nicht drin. Und man sieht schon. Ich stehe so ein bisschen blöd. Geht ganz von alleine. Man sieht mal jetzt mit den Drehungen, dass ich gerade meinte. Drehen sich raus, ne? Das ist einer der Vorteile. Es gibt andere Geräte, die fahren so über den Rasen. Sammeln wunderbar den ganzen Dreck mit auf, wie so ein Staubsauger. Hat man hier nicht. Das wird gleich ein bisschen abgestreift, ne? Okay. Sollte man natürlich nicht auf Beton machen. Also die Kupplung soll natürlich nicht über der Straße schleifen. Das ist ein Geräusch, das hört ein Feuerwehrmann nicht gerne. Aber wie gesagt, ist schon fertig. Ich hänge das mal kurz hier aus. So. Und jetzt schaut euch das mal von vorne an, was jetzt passiert. Ich würde jetzt erst mal nur die Seiten rausnehmen. Einmal da, einmal da. Sieht das nicht gut aus? So. Wie gesagt, die Schlauchpaket vorbereiten. Das sind Arbeiten, die bereitet man sich im Gerätehaus, im Feuerwehrhaus bereitet man sich vor auf dem Einsatz. Das macht man sozusagen in Ruhe. Man hat dabei keine Eile. Und ich empfehle immer, jetzt habe ich eben einen C-Schlauch aufgewickelt. Normalerweise macht man das mit einem 30 Meter C-Schlauch. Oder zwei 15er. Das ist auch 30 Meter. Aber ein Nachteil ist ein bisschen, was wir jetzt hier wickeln. Wir haben eine Schlauchkupplungsverbindung in der Mitte. Das kann im Innenangriff schon mal hängen bleiben irgendwo. An der Kante, in der Türschwelle, irgendwo in der Ecke. Hatten wir schon. Ist sehr unangenehm, wenn das passiert im Einsatz. Passiert ist zum Glück nur ein Übungseinsatz. So. Das heißt, ich habe jetzt zwei C-Schlauch hintereinander gekuppelt. Ich würde es jetzt hier ganz normal, wie vorhin auch, einfach nur reinhängen. Und fleißig aufwickeln. Los geht's. So. Und man sieht schon, das ist natürlich eine ganz schöne Strecke. Der Schlauch liegt da hinten. Und hier kommt jetzt die Kupplung. Und das ist, was ich vorhin meinte, das ist etwas unangenehm. Aber auch nicht schlimm. Und weiter geht's. Jetzt gucke ich mal das schöne Schlauchpaket an. Perfekt. Und ihr seht es auch wunderbar, wie sich der Schlauch hier auch dreht in der Führung. Ist überhaupt kein Problem. So, jetzt aufpassen, jetzt kommt die Kupplung. Wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen nachteilig, aber nicht schlimm. Ich nehme es kurz mal raus. drehe ein bisschen weiter. Mach's wieder hin. Gucke. Okay. So. Und ist schon fertig. Also wer von euch das schon mal auf den Boden gemacht hat, weiß gerade, was das für eine Nummer war. Also das ist für mich, für mich persönlich, das absolute Hammer-Gimmick. So, das heißt, ich nehme den Griff hier raus. So. Ich werde es jetzt mal mit einem Hohestrahlrohr einbinden. Das heißt, ich werde es jetzt mal so, erst mal die Seiten aushängen, wie vorhin auch. Das kann ich ja ruhig machen. So, die Seite. So. Also es fällt wunderbar. Und ich kann jetzt, wenn du mal von hier guckst, das so ein bisschen hindrehen. Und wie gesagt, ich bin von Haus aus etwas bequem. Deshalb würde ich das jetzt alles hier, so wie es hier hängt, wickeln. Nicht auf den Boden hinlegen, jetzt in Rasen, in Dreck. So, ich mache das jetzt hier fertig. Als erstes hänge ich erst mal mein TKW-Schätzchen hier rein. So. Das sind extra, also man kann auch, glaube ich, ganz normale Klettbänder nehmen. Wir haben natürlich wieder die Augen da vom Hersteller genommen, weil, wenn man die zumacht und man gibt hier später Druck drauf, man setzt das ja so unter Druck, die Schlauchpakete im Einsatz, zeigen wir euch nochmal später in einem Film. Dann springen die ab. Das klappt wunderbar und klappt auch sehr sicher. Man hat da keine Angst bei. Im Einsatzfall hätten die AGT's das jetzt das Schlauchpaket so geschultert, können das Treppenhaus wunderbar hochgehen. Das Schlauchpaket im Treppenhaus vor der Eingangstür an der Rauchgrenze ablegen, Druck drauf geben, das springt auf und die ganze Schlauchreserve liegt schön in Ringen, ich sage mal unter Druck, richtig sparsam liegen diese Ringe dann im Treppenhaus und nehmen kaum Platz weg. Okay? Ja, das war zum Schlauchpaket wickeln. Also ich sage mal, das Teil kann Schlauchpakete wickeln, geht auch mit B-Schläuchen, man kann ganz normal die Schläuche aufwickeln. Also für mich hoffe ich, habe ich jetzt, dass ich ein paar Diskussionen nochmal unterstrichen habe, was ich gesagt habe, warum wir uns für die entschieden haben, weil ich befasse mich damit immer und für mich ist das ganz klar und vor allem auch budgetmäßig hat man nicht so viel zur Verfügung, dass wir was kostspieliges nehmen wollten, aber ich habe auch kein anderes gefunden, was das kann. Von daher, alles schön und ich finde es gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über ein paar, gerne noch ein paar Kommentare. Mein Kameramann Kai, der heute hier im Hintergrund ist, mein Kamerad, herzlichen Dank und lasst ein Gefällt mir da, teilt meinen Channel und bis zum nächsten Video. Euer Feuerwind. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.